Johann Peter Hebel Schatzkästlein des Rheinischen Hausräumes Mancherlei gute Lehren Siebtens Einmal ist keinmal. Dies ist das Verlogenste und Schlimmste unter allen Sprichwörtern, und wer es gemacht hat, der war ein schlechter Rechnungsmeister oder ein Boshafter. Einmal ist wenigstens einmal, und daran läßt sich nichts abmarkten. Wer einmal gestohlen hat, der kann sein Leben lang nimmer mit Wahrheit und mit frohem Herzen sagen, Gottlob, ich hab mich nie an fremdem Gut vergriffen. Und wenn der Dieb erhascht und gehängt wird, was dann ist einmal, nicht keinmal. Aber das ist noch nicht alles. Sondern man kann meistens mit Wahrheit sagen, einmal ist zehnmal und hundertmal und tausendmal. Denn wer das Böse einmal angefangen hat, der setzt es gemeiniglich auch fort. Wer A gesagt hat, der sagt auch gern B. Und als dann tritt zuletzt ein anderes Sprichwort ein, daß der Kug so lange zum Brunnen gehe, bis er bricht. E.A.Pol Productions Das ist noch nicht so lange zum Brunnen. Ratsch. 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 Ratsch.